Servus, hallo, ist Jan von Haus aus geil und zwar werde ich jedes Mal immer wieder gefragt, wie man das denn macht, so eine Figur zu haben, wie ich sie habe. Die Leute sind sehr interessiert, die Nachfrage ist groß, sie sagen, ey, dünn sind wir alle, durchdringend sind wir alle, aber wie kann man so Masse aufbauen und fett werden, so wie ich das bin, das ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Und zwar ist da sehr wichtig, dass man natürlich sehr diszipliniert rangeht. Ihr müsst wissen, die Leute denken, das kommt einfach so, hey, der ist dick. Ja klar, ich bin nicht dick, aber das ist jahrelange disziplinierte Arbeit. Vor 24 Uhr esse ich nichts, das ist sehr wichtig, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, du darfst dich nicht sehr viel bewegen, das heißt deine Bewegungen, alles was du machst, muss sehr langsam sein, damit du Kalorien einsparst, ja. Und natürlich so Gemüse, Gurken, Sachen, die brauchst du nicht, ja. Du brauchst direkt, am besten ab und zu auch mal einen Block Butter nehmen, lutschen dran, das ist super, das ist geeignet, ja. Ja, und da das Internet ja jetzt überquillt von Motivationscoaches, ja, da wollte ich für euch auch ein Vorbild sein und euch eine Motivation geben. Natürlich ist es wichtig, gerade wenn euer Gehalt sehr niedrig ist, wenn ihr sehr wenig Geld verdient, dann müsst ihr auch an die Zukunft denken. Na, stellt euch mal vor, ihr lebt immer gesund und seid 80 Jahre alt, mit einer Rente von 700 Euro, was wollt ihr denn damit? Na klar, dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr so ungesund wie möglich lebt, dann tut ihr mit 60 einen Schlag, Herzinfarkt, ciao. Na, in diesem Sinne, fröhliche Weihnachten und gesundes neues Jahr, euer Jan von Haus aus Gehalt, saal. Oh, ich will einfach, ob es irgendwas lustiges dabei ist. Natürlich habt ihr auch noch einen Vorteil, wenn ihr dicker seid, ihr müsst wissen, abgerechnet wird am Strand, ne, wenn ich ins Bad gehe mit der Wampe, ist es natürlich schlecht, ne, da wirst du die ein oder andere süße Maus nicht klar machen damit, aber im Winter, ja, im Winter bin ich ausgebucht, meine Damen, schaut euch das an, ich kann, wenn ihr mir auf Facebook schreibt, um mich zu buchen, das geht natürlich nicht, weil die wollen kuscheln, die Mädels, die wollen im Winter kuscheln, ganz einfach, da ist nichts mit Waschbärbauch, da heißt es Waschbärbauch, in diesem Sinne, in diesem Sinne, ciao.